hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten folge von the division mit dabei ist der liebe ja der liebe koko der liebe chrissy und ich werde gleich von diesen crazy toy toni huenson eingeladen apropos einladung ich hab das vergessen privatsphäre privat einladung annehmen ablehnen 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 so wir müssen ja heute leider genau zwei leveln zwei leveln ich muss sagen jetzt ist naja irgendwo für die leute dieses video für die letzten tage wo ich gestreamt habe da ist alles abgegangen ja bei dir ist auch nicht was abgegangen ich habe fast um ich weiß gar nicht ich habe mit elf followers ja angefangen und habe jetzt fast fast 80 stück ja ich spring momentan nur arg ich habe bisher noch nicht anders gestreamt oder so nur arg und ich habe auch dafür auch noch zwei neue abos gekriegt ja weil ich mir hier youtube auch mit verbunden habe ja nice kann jetzt du kannst halt eben da unten kannst du ja so ein bild hinhauen plus dazu und noch den youtube kanal ok wenn so wenn sie aufs bild klicken dann verbindet es sofort auf meinen youtube kanal alles klar tja während wir jetzt hier gerade am aufnehmen sind und chrissy am streamen host ich während des den aufnehmen sind und chrissy damit er auch mal erfüllt hat ja komm ich werde zu den king im ring im twitch bin ich ja im youtube bist du es sowas haben mehr abos als ich ja was hast du eigentlich nochmal an und heute 31 wird verarschen alle gekauft ja da hört ihr es der stricher kauft sich die abos kann nichts hier ich werde von der seite ich werde von der seite Das sind jetzt Straßengangs, mach die hier Fickt euch, Granate Es ist auch nicht knapp, dass sich nur so rausgehört, aber ich glaube mit Level 19, also wenn wir Level 19 sind, wird der Keiru Furfox auch zu uns stoßen Ich weiß ja, ob er denn ein Genereienbild macht bei uns Ich weiß es auch nicht, also Wenn er jetzt nur so Justin Prank mäßig mit dabei ist Ja, wir müssten aber dann nicht mehr auf den Mond da verschieben Ständig Müsstens dann Das ist ja nicht so, dass du denkst Ja, müssen wir es immer am Wochenende dann machen Also wir wissen nicht genaueres, wir wissen nur, dass er vielleicht mitmachen will und so Also Warten wir mal ab, leveln und bis 19 kommen und dann seht ihr es selbst Interagieren Volle war mal luke Ah ah volle So viel Scheiß eingepackt Ja Wieso bin ich denn eigentlich Führer? Wenn du hier die Dinger markierst Geht doch nichts Aha, du hast ja vorhin hier schon was markiert gehabt hier, dieser Einsatz hier, dieser K-Force hab ich mal Kato-Vogel. Das ist ein Prank, Bro. Alles klar. Das geht nicht gut. Damage. Ihr Fall auf Damage. 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 So. Mein Talent kann ich ausfüllen. Die Schrot fährt nicht eigentlich gut. Weißt du das? Schrot fährt nicht. Schrot fährt nicht. Ne. Wir haben eine Reichweite von der Bockwurst. Na Bockwürste. Max Hügel. Ja. Hast du die Videos reingezogen? Ja, Mann. Vierig geil. Max Hügel. Was? Was? Nein, 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 nein. Ich hab's erstmal nicht mehr als Kato-Vogel. Kabuto machen. Kabuto. Ja, und ich mach mit der am besten weiter. Die Zuschauer nicht langweilen. Was hat die bei dir? Ja. Ja. Die zwei Zuschauer. Immer ich und ein anderer. Der selbst. Oh. In Ernst, dass ihr von hinten kommt? Seid ihr schwul oder was? Hä, 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 hä? Bist du schwul, bist du schwul, bist du schwul? Hä? Achso. Nein! Ficken. Bin tot. Tschüss. Du bist ein Honk. Tot. Yay, ich schau dir zu. Ja, ist in Ordnung, ich komm mir schon. Nein. Immer dieser Druck. Ne, jetzt sehen mal die Zuschauer, die ja hier diese Zuschauer-Ding hinzugefügt haben. Muss jetzt nicht immer ständig diese graue Ding vor die Fresse haben. Du hast jetzt hier ganz schön den Leuten zuschauen. Und den Druck in den Arsch geben und so. Und Achtung, da kommt was. Ähä. Ich hab's dir gesagt. Bist du weg da? Nix. Boah, Alter. Kannst du nicht? Ja, das war jetzt nicht grad so professionell. Dafür kommst du nicht in den Recall. Dafür kommst du nicht in den Recall. Und an... Ich kommst nicht in den Recall. Sowieso ist die Zuschaueranzeige ein bisschen verbuggt. Da werden ein paar Zuschauer nicht angezeigt. Ähm. Falls welche Zuschauer bei mir grad sind. Ihr könnt halt eben Fragen stellen über das Spiel und all das. Habt ihr nicht gesehen? Wie groß Berlin sein Benet ist und so. Weil ich hab den Mindstream, also meinen Chat vom Stream hab ich auch. Seh ich auch. Plus dazu noch Chrissy sein. Ich hab das nicht in den sicheren Bereich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da flog die Granate. Er hat Spum gemacht. Kommt mit anderen Seite. Erھt ein Tatschen-Grenade Feuer. Das ist drauf. Ja, hat nicht vorgemacht. Das ist auf jeden drauf. Das hat zwar nichts mit der Aufnahme zu tun, aber kürzlich, Mom hat mich gestern angeschrieben gehabt, wegen der Wischen und so. Hat er jetzt, oder? Ja, für heute halt auch, glaube ich. Ich weiß nicht, was er meinte zu mir. Ich war ja ganz kurz bei ihm drin. Ich war voll drin, bei ihm, ey. Und er meinte, er ist ja gleich zur Schule und dann muss er nachher machen. Und dann ist er erst ab 22 Uhr ungefähr wieder da. Was ich auch bei dem Battlefield spielen wollte, oder so. Ja, also mir hat er irgendwas geschrieben mit Division. Also, halt eine Sprachnachricht geschickt, obwohl ich das hasse. Sprachnachrichten. Kannst du mal an? Das waren ja die eigenen, Alter. Wir treten uns dran, warum ich so einen Spaß habe, irgendwie hier die Audio zu schneiden. Wohl langsam gewöhnt man sich eigentlich dran. Ja, man gewöhnt sich dran, muss ich ehrlich sagen. Also, aber so stundenlang sich selbst zu hören. Nee. Mir wird eh lustig mit hier the best of von Division. Das ist nicht so laut, Junge. Wieder zu faul und dann wird das erwartet von dir und dann denk ich am Arsch. Nee, das machen wir schon. Du gehst zu weit, Alter. Nein, hier war eine Kiste. Ist auch jetzt Maul. Du da noch. Ähm, wir werden es ja eh zusammen machen. Mache ich TeamView an. Mache TeamView. Ups. Und schneiden wir das mal zusammen. Wollte ich dir mal zeigen, wie das geht. Quasi du schneidest. Ja. Ich guck zu. Fall out. Fauler Hund. Eintreffender Gegner. Fall out. Ich hab gesagt fauler Hund. Also fauler Hund. Fall out. Ich hab Fall out verstanden. Dann raste ich mehr aus. Allein, was mein Fall out. Ja, meine Lieben. Falls da welche Zuschauer bei mir sind. Geht da mal auf den. Geht mal beim lieben Chrissy vorbei. Rastet da mal aus mit den Fall out. Na, was sagt man denn dazu? Ja. Weil er hat erst nur so um die 5 Follows. Dank Ihnen wird es vielen kranken Menschen jetzt besser gehen. Er streamt nur so. Er streamt nur so Battlefields. Ähm. Was streamst du denn sonst so noch so ab und zu? Du weißt, dass du in den Haft? Ich fürchte ja. Quake Mania? Meinst du es ist zu weit? Ja, aber nur wenn ich nicht ausrasten will. Lieber Gott. Ich hatte gehofft, wir würden es nie erleben. Dann wo war doch mit der Drohne. Nein. Ja, das wird doch angezeigt auf der Karte. Ja. Ja, wir sind ausgerüstet. Ja. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich hasse dich. Ich lieb dich. Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ach ja. Jetzt war ja noch dein Text bei der Überweisung. Ja, bloß auf ey, ich muss mir, ich weiß jetzt nicht wann genau, weil wir das jetzt machen, aber auf jeden Fall muss ich noch wahrscheinlich die Woche mir die Haare schneiden lassen. Wir sind übelst lang. Und wenn ich sie runter halte, sehe ich sie schon in den Augen. Okay, das ist lang. Und dann muss ich noch gucken wegen Schweizer Ausweis. Ach ne, Vorräte. Mhm. Du wirst ja eh was machen. Erst holen und dann rein. Ja. Ja. Na dann. Hier Raker. Da kommen sie. Rechts. Rechts. Du scheiß CV, Alter. Ja. Ja. Zum Thema, was ist Streamen, ne? Das ist halt immer unterschiedlich, wo ich gerade drauf Bock drauf hab. Ne. Und ich habe ja momentan richtig Bock auf ihr... Dings auf ARC. Wenn jetzt hier Homefront, das werde ich dann auch streamen wahrscheinlich. Da werde ich drauf scheißen wirklich auf die Aufnahme. Dann stream ich und... ein fleißiger Arbeiter. Nehmen auf. Liebevoller Ehemann und ein stolzer Vater. ARC. Weil... Normalerweise, ihr seht doch da jetzt... Ihr habt doch da jetzt die Dings gesehen. Diese... Den Laptop, den ich da aufgehoben hab. Da ist ja so eine Kommunikation gewesen und alles. Und... Genau da steht dann Übertragung. Kein Zuschauer oder zwei bis sonstiges. Alter, ich hatte wirklich um die 25... Ne... 27 Zuschauer laut deiner Aussage. Ja. Alter. Gib euch das mal. Ist für... Paar streamer... Sind das Peanuts, aber für mich ist das die Welt. Wir haben jetzt schon... Mich hat jetzt schon ein Franzose angeschrieben gehabt. Echt jetzt? Ja. Alles. Gib dir das mal. Franzosen. Dann... 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 Kommen auch noch Engländer. Also... Alle die Englisch sprechen halt so in der Richtung. Das... Das ist heftig. Dann... Dann müsstest du dir mal vorstellen, ich würd mich ständig zeigen. Hätt ständig mit Facecam und so. Und dann zum Beispiel... Und dann zum Beispiel... Und irgendwie auch Mäkle gehen und so. Und dann sagt... Du bist doch der YouTuber. Ja. Was seid ihr? Oder du bist doch der Streamer. Das ist wieder ein Höhlenflug gerade, Leute. Huuuuii. Ich hab Feilschüttelbogen. Ich hab zu viel Jink-WP gefressen. Ja. Boah, ich muss die Zuschauer mal... Und... Das Rezept davon rein... Knallen. Oder mal... Von hinten. Von hinten. Von hinten. Ich komme nicht um vorne. Vielleicht musst du kurz meine Super aktivieren. Headshot. Obwohl... Obwohl... Ne... Ich packe den... Ich glaube ich lieber... Wer mir das Rezept haben will... Muss... Bei mir auf den Stream kommen. Ja. Live Cooking, Alter. Shake. 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 Hup. 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 Richtig. Waaah. Hup. Waaah. 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 Nicht wundern, Leute, das ist ein Insider. Oh. Oh Shit. Oh Shit. Ach Diggi, ne? Oh shit. Fette Sau. Fette Sau? Keine Art in your face, bitch. Oh, oh, ich bin von der Seite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mich drücken. Ich meine, wenn ein Schwein gerade stirbt oder so. Brauchen wir einen Gegner? Soll ich sagen, ich habe Tiki bei mir? Autsch. Fuck yeah. Tiki hat gefurzt. Ja. Keinlich. Verdammt. Ja, ich habe mich doch geheilt. Fick dich, fick dich, fick dich. Diki soll sich ficken. Sorry. Komm wieder. Na, ich verankere. Dank. Mach. Hatsch. Diry. Ja. Ich verankere. Und jetzt wollen auch noch meine Eltern, wie es ausschaut, dass ich hier von jetzt auch gleich nach Deutschland wiedergehe und zu meiner Schwester gehe und Babysitter mache. Was? Weil sie ständig im Krankenhaus ist und ihr Freund hat auch nicht ständig Zeit, der muss ja auch arbeiten. Und die Mutter von ihrem Freund, der hat ja auch nicht immer Zeit. Und ja. Und ich hocke ja eh nur zu Hause rum, mach nix. Cool, Berlin ist so viel Stunden von mir entfernt. Ah, fick dich. Ja. Du weißt, was das heißt? Ich fahr nach Berlin. Äh, hä. Halt kurz mal bei Bremen an. Ey, wenn du in Berlin bist, fängt mal kurz rum. Ich glaube, es war an sich die einzigen Male, wenn ich in Berlin bin, ist ja immer nur Feiertage sonst. Naja. Ey, ich fand immer schon so viele Gegner hier. Ja, da war voll auf den Keks. Alter, ich hab mir immer mal so ein Gameplay von Homefront reingezogen. Das du einfach aus einer Pistole eine MP machst. Ja. Richtig gut, Mann. Ja, leg dir mal den, ey. Eine einfache scheiß normale Pistole. Ne, für eine Sekunde ist das eine MP. Geht's denn noch der Rakete, äh, oder die Shotgun mit, äh, Feuerschaden. Ja, mit Flammen geschossen. Ey, Flammenwerfer ist ein Scheißdreck gegen. Ach. Ach, wir sind schon da. Na, ja, dingens. Drück auf den Knipp hier. Drück Knopf. Digga. Das ist ein Prank, bro. Prank. Soll, jetzt hast du sie eingenebelt. Du bist angeforzt, willst du dich so angeforzt? Pff. 20 Schuss in der MP, ne? Da ist der Kugel draußen, schon muss nachwarten. Dich. Das ist ein Grenade for you. Waffe macht kein Damage. Damage. Huh, 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 huh. Warnung. Feindkraft in Ehrensicht. Ich würde mich schon die ganze Zeit warten, was das für Gegner sind. Sind. Oh ja, komm. Ich treffe nicht mehr. Wo ist mein Gigantor? Ja. Ja. Okay. Wir müssen auf alle reden. Ja. Hilfe. Wo bist du von der anderen Seite? Oh. Fuck. Noch einmal von hinten, Alter. Hilfe! Und er schreit wie ein Mädchen. Süß. Boah, Snug out. Gitarrensluß. Ganz sicher. Du bist die Kade. Ach ja, ach ja ja. Bereicht geischert! Lade Daten auf JTF Netz hoch. Harte Daten, Daten laden. Harten, Harten, Daten laden. Aha. So. Boah, wir haben übrigens überzogen. Abgehoben, überzogen. 25 Minuten. Eww! Wahrscheinlich! So. Was muss ich sagen? Au! Nack, nack. Minus. Naja, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst doch ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, auf Hause, kommentiert das Video und so weiter und so fort. Und geht doch bei den lieben Chrissy vorbei und followt ihn richtig schön. Yay, iPhone! Yay, iPhone. Und ich hoffe wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. D-Division. Und tschüssi! Yay!